Ja, da sind Sie ja endlich, wohl auch langsam Zeit. Ab 12 Uhr ist ja absolute Mittagsruhe. Ja, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Ja, also, damit Sie Bescheid wissen, da unten wohnt der Herr Flores, der liegt jetzt noch im Bett. Da, Frau Kolokowski, da gehen die Männer ein und aus. Aber da, der stickt die Hörner, da war mir noch nie recht. Guck mal, also kommen Sie, kommen Sie. Das ist die Hausordnung. Putzen, Tonnen raus, Schneeschieben, alles Picobello, klar? So, und rein in die heiligen Hallen. Tja, was fällt auf? Nur allerfeinste Bodenbeläge. Ja, das können Sie nicht mit irgendwas putzen. Qualität, klar? Im Bad keine Löcher in die Wände, ja? Wenn das jeder machen würde, ja? Wo können wir denn da hin? Schweizer Lochkäse, klar? Weiter, weiter geht's, weiter geht's. Ja. Weiter, so. Da haben wir die Küche. Ja, und beim Kochen. Bitte nicht so, dass das Ganze aussteht. Salat ist gesund, klar? Und in den großen Räumen, ganz wichtig, lüften, lüften und noch einmal lüften. Nur kein Schimmel in der Bude. Und wenn Sie noch Fragen haben, ich wohne direkt unter Ihnen. Hey, nehmt jetzt die Wohnung! Tja, werden Sie doch lieber Ihr eigener Herr im Haus. Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum eigenen Traumhaus. Weibu Wohnbaumassivhaus in Wolfhagen. Ihr leistungsstarker Baupartner seit 1975. Da sei es schon. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ja noch. Und ich bin doch noch eingeschrien. Ich bin gerne. Und ich bin noch nicht. Ich bin auch noch ein Schimmel. Und ich bin noch nicht so. Und ich bin noch nie. Es ist wirklich alle, denn ich bin noch ein bisschen. Ich bin da draußen. Und ich bin ja noch nicht.